Hallo, mein Name ist Sabine Betzriel, ich bin 45 Jahre jung, glücklich verheiratet, Mama eines wunderbaren Sohnes und ich bin Krankenschwester. Kurzum, ich habe nach einem Plan B gesucht, ich wollte als Mama mehr Zeit für mein Kind haben, also noch mehr in der Klinik reduzieren, wollte aber trotzdem meine Rente gesichert wissen und ich wollte am Fundament für die Zukunft meines Sohnes auch einen großen Teil dazu beitragen. Die Produkte kenne ich schon seit 2012, bin restlos begeistert und überzeugt und dann habe ich mir doch die Geschäftsmöglichkeit mit PM angeschaut, bin 2017 dann damit gestartet, weil ich festgestellt habe, die Firma ist einfach ein familiengeführtes Unternehmen, sie ist seit über 27 Jahren jetzt schon auf dem Markt in über 40 Ländern vertreten, sie ist transparent, sie ist offen, sie ist innovativ. Ja, Anerkennung, Wertschätzung wird hier groß geschrieben, ich bin 2017 gestartet, nach einem Jahr war ich International Marketing Managerin, durfte mir dann 2018 meinen Firmenwagen holen, mit auf Reiseevents gehen, Ausbildung, wie gesagt, wird weiterhin gefördert und ja, und was mir wichtig war, es wird auch in meine Altersvorsorge weiter investiert, zusätzlich von der Firma aus. Ich kann nur sagen, es ist die beste Firma, die es gibt, es ist der beste Arbeitgeber, den es gibt und es ist der beste Job, den es gibt. Also, gebt euch die Chance, ihr habt nichts zu verlieren, außer zu gewinnen, nämlich Lebensqualität, Lebensfreude, Lebensmitteln. Ich bin 40 Jahre alt und bin aus Nürnberg und ich durfte mir heute mal ein mega geiles Auto abholen. Ich bin im Februar 2018 auf die Produkte gestoßen und hatte nach zwei Monaten schon so mega Resultate, ja, dass ich für mich entschieden habe, das Ganze auch beschäftigt zu machen und andere Menschen auch an den Erfolgen durch die Fitline-Produkte einfach teilhaben zu lassen. Ich habe nach acht Monaten die Schlüsselposition IMM erreicht, habe mir seitdem monatlich meinen Zusatz von PM angespart und habe mir heute, wie gesagt, mein geiles Auto abgeholt. Vielen Dank, PM! Servus, ich bin die Nadine Dürnberger, 35 Jahre alt, komme aus Dombühe, bin verheiratet und habe fünf Kinder. Hauptberuflich bin ich tätig in der Grundschule bei uns. Ich bin bei Fitline seit 2018 und bin IMM geworden im Januar 2019. Kurz darauf durfte ich mein erstes Auto in Empfang nehmen, das war ein X1. Und nun durfte ich mein zweites Auto raussuchen. Ratet mal, was es ist! Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dirk Bublitz, ich bin 51 Jahre alt, von Beruf Diplom-Sportlehrer. Die Produkte kenne ich seit Februar 2017. Mein Sohn Marius hatte sie mir damals empfohlen, hatte mir auch gleichzeitig das Geschäft erklärt. Da habe ich aber gesagt, das mache ich nicht, ich bin kein Verkäufer, da habe ich keine Lust drauf, ich kann das nicht. Im September 2018 schenkte mir Marius eine Woche Urlaub zu meinem Geburtstag. Und zwar war ich mit 1700 anderen begeisterten PMlern im Love Package eine Woche in Kroatien. Dort habe ich viele, viele PMler kennengelernt, mich mit denen unterhalten und habe so für mich gedacht, also wenn die das können, dann kannst du das schon lange. So schwer kann das nicht sein. Ich bin nach Hause gekommen, habe völlig begeistert meiner Frau davon erzählt und habe gesagt, lass uns das einfach mal ausprobieren zu verlieren, haben wir nichts. Haben dann am 1. Oktober 2018 mit dem Business gestartet. Vier Wochen später waren wir bereits Sales Manager, hatten einen ersten Scheck von 648 Euro. Nach drei Monaten Ende Dezember 2018 waren wir EMM. Ich durfte mir wiederum zwei Wochen später mein erstes PM-Auto abholen, ein X1-Nagel, neuer X1. Ich war völlig aus dem Häuschen. Es ist einfach nur mega. Und mittlerweile bin ich Vice President. Unser letzter Scheck waren 4.636 Euro. Es ist unfassbar. Und das nach ein Dreivierteljahren. Wir sind völlig begeistert davon, weil wir a. den Menschen zu mehr Gesundheit verhelfen, b. anderen Menschen zu kleinen Nebeneinkommen. Wir haben mittlerweile ein Team von 37 begeisterten PM-Lern. Es sind neue Freundschaften entstanden im Team. Es ist einfach nur, es macht so viel Spaß. Und ich kann euch nur raten, probiert es aus. Es ist wirklich einfach. Ihr müsst nichts investieren. Und es ist einfach und erfolgreich. Also macht es, probiert es aus. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wir begrüßen jetzt die neuen... ... ... ... ...